Wir freuen uns riesig, dass unsere Vision hier endlich wahr wird. Schon bald wird es hier der Lernort der Kita Smurifeld und die Burenhofgruppe der Waldkita. Die Bauarbeiten haben bereits angefangen und wir haben noch viel vor. Was uns jetzt noch fehlt, sind neue Weidenzäune für unsere Gessen. Auch die Hühner vom Bauern sollen mehr Platz bekommen und dürfen dann mit den Gessen auf die Weide. Die Zäune müssen sicherstellen, dass keine Hunde mehr in die Weide kommen und die Gessen schön drin bleiben und nicht etwa im Wald und in Baumschugen Bäume anfressen. So viele Zäune kosten ein kleines Vermögen und sind aufwendig zu machen. Und darum brauchen wir eure Hilfe. Spendet, helft mit und sagt weiter. Nächsteila!